Musik Ich darf ja hier am Rock'n'Boogie Festival in Felden die Sparte Dirty Dancing machen und da machen wir Szenen und Elemente, leichte Schrittkombinationen aus dem Film Dirty Dancing raus. Musik Ein bisschen twisten, wir werden Merengue tanzen, Cha 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 und auf jeden Fall Mambo, weil das ist ja ganz bekannt für diesen Film. Musik Musik Man braucht keine Vorkenntnisse, einfach nur Spaß und viel Motivation und dann gelingt das auch. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017